Hi, mein Name ist egal. Unsere Regierung, meine Regierung, hat einen Anschlag auf uns vor, auf meine Menschenrechte. Ich habe letztens mitbekommen, dass wir ein neues Gesetz bekommen sollen. Mit all meinen Daten, Passwörter, Pins, Pucks, IP-Adressen etc. Egal, wo ich mich im Internet bewege, überall sollen gespeichert werden, sollen abgefragt werden können von allen Behörden. Egal, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin echt ein bisschen, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Aber ich glaube, ich glaube doch, da ist ein Ort. Und ja, Magdeburg am 14.04. Dort soll es eine Demo geben. Genau dagegen, ich glaube, da muss ich jetzt hin.